...Gruppe 2 der Tanzclub Ros-Gold gegen den Schützenverein. ...Gruppe 2 der Kabinen im Stein-Bärm, derstrengende Beine von Opa oder den Schützenverein. ...Gruppe 2. Kabinen, der Schützenverein ist Schützenverein. ...Gruppe 3. Kabinen und Schützenverein. Vielen Dank. 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 Schuss! Ja, bevor er sich umgedreht hat. Vielen Dank. 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 Run, 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 run. Run, run. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, run. Run, 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 run. Run, 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 run Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.